Also Leute, wenn ihr das Pack haben wollt, ich würde mal sagen, bei 500 Likes release ihr es im nächsten Video. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Kursg auf dem Web Super Mario. Und ja Leute, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ich ein sickes RP am Start. Ja Leute, da mich heute viele im Stream gefragt haben, sehr viele sogar, dass ich das releasen soll, dachte ich mir einfach, kann ich ja das Pack eigentlich releasen. Also Leute, wenn ihr das Pack haben wollt, ich würde mal sagen, bei 500 Likes release ihr es im nächsten Video. Und Leute, was ich noch ansprechen wollte, es werden jetzt in Zukunft jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag Videos kommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich es, weiß nicht, auf Twitter oder so ankündigen, könnt ihr mir auch folgen. Und der passiert Kombo. Bei der Weile, Leute, könnt ihr auch mal so in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Ich habe einen neuen Monitor bekommen, das heißt, ich kann jetzt richtig flüssig Minecraft spielen. Das ist mega nice. 144 Hz Monitor ist echt sick. Obwohl, wir können die eigentlich abschlauben, die dürften eigentlich ganz los sein oder auch nicht. So, dann sind wir in der nächsten Runde auf dem Mapper Mall. Ich habe das Thema eigentlich ganz gut angesprochen, deshalb gehe ich jetzt einfach in die nächste Runde rein. Und ja, Leute, wie gesagt, da es wirklich viele im Stream wollten, dass ich es releasen sollte, release ich jetzt einfach im nächsten Video dann. Also Leute, spritzt mal den Like-Button ab, würde mich mega freuen. Ich bin ein Ghostkind, tut mir leid auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe jetzt mal risky auf den da drauf. Okay, nice, den haben wir. Das sah gerade ein bisschen unnötig aus. Okay, wir geben jetzt rein, damit wir den noch bekommen können. Und dann, glaube ich, dürften wir den eigentlich auch bekommen. Äh, dürft ihr gleich da unten sein. Er kommt leider davon, aber dann holen wir uns die zwei noch. Und Leute, wenn ihr mal wieder so Runden sehen wollt, wo ich einfach kurz gespiele und nicht so viel cutte, dann könnt ihr auch gerne mal so ein Like droppen. Würde mich mega freuen. Die Runde läuft eigentlich gut. Ich werde, glaube ich, nur die Runde nehmen dann noch. Unter die vorige, also keine dritte Runde mehr. Weil das dürfte eigentlich reichen. Weil ich will jetzt auch nicht allzu lange Videos machen. Das ist einfach generell so bei mir. Werd ich auch nie machen, wahrscheinlich. Und den Combo und wir. Bitte nicht runterfallen. Haben wir. Und den da können wir auch noch bekommen. Komm jetzt. Komm jetzt. Also es gibt meine zwei nicht mehr. Aber dürften wir auch ohne Road bekommen. So, sind wir mit dem Dammare Slider weggekommen vorher noch. Er war, glaube ich, One-Shot oder so. Aber ich hoffe jetzt mal, jetzt bekomme ich ihn. Dürfte eigentlich drin sein. Okay. Ich weiß nicht, Kurs macht ihm letzter wieder ein bisschen mehr Spaß. Und dann haben wir die Runde auch gewonnen, Leute. Und wie gesagt, Leute. Wenn ihr das Pack haben wollt, 500 Likes. Dann gemüße ich es im nächsten Video. Dann würde ich sagen, Leute. Wir sehen uns dann beim Pack Release wieder. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.